Sind wir Deserteure aus einer österreichischen Armee desertiert oder aus einer Fremden? Also fallen wir nicht unter diese Stufe da, Deserteure verraten ihre Heimat. Das Zweite, was ich auch in den Diskussionen immer wieder frage, wenn es also darum geht, warum habt ihr das gemacht und so weiter, dann frage ich immer, derjenige soll mal sagen, unter nur welchen Bedingungen konnte Österreich wieder frei und unabhängig werden, wenn Hitler-Deutschland den Krieg gewinnt oder wenn es ihn verliert. Und jetzt ist die Frage, wenn jemand also sozusagen reaktionär ist oder wie zumal der Strache immer gesagt hat, wir sind keine Opfer, wir sind Täter. Wenn man gesagt hätte, naja, Hitler-Deutschland hätte den Krieg gewinnen müssen, einer von denen, dann schwimmt derjenige mitten im Strom nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Sagt er, Hitler-Deutschland hätte den Krieg verlieren müssen, ja dann frage ich mich, warum ist er dann gegen uns? Denn wir haben ja mitgeholfen, dass er ihn verliert. Deswegen kriegt man auf diese Frage nie eine Antwort. Mitgeholfen Mitgeholfen Vielen Dank.